Hallo, wir sind heute hier mit dem Herrn Bürgermesser und die Frage an Sie wäre, ist der Diktis aber so, wie Sie sich das vorgestellt haben? Also es ist noch imposanter, als ich mir das vorgestellt habe. Ich bin jetzt da durch die Eingangshalle gegangen, durch das Atrium und habe an diversen Ständen mich einmal ein bisschen versucht zu informieren. Erstens ist mir aufgefallen, dass die Schüler hinter den Ständen wahre Experten sind, sehr freundlich, sehr kompetent und haben auch Verständnis für jemanden, der technisch nicht so visiert ist. Und was halten Sie für ein Feldkircher Projekt in dem Fall? Denken Sie, es hat einen Zukunftssinn in dem Sinn? Ja, ich denke, es ist überall was Gutes abzuleiten und das hat speziell für mich, als bin ich besonders stolz, wenn Feldkircher Schulen sich da engagieren und auch hier etwas präsentieren. Ich bin ganz gespannt auf das Ergebnis dann der Jury. Sehr, vielen Dank für das Interview. Gerne.